so freunde wir haben 27 grad es ist deutlich überwiegend bewölkt wie sie es groß gesagt haben die brise kommt ab und zu mal ansonsten es ist ein sehr schöner tag heute so eins verstehe ich dich weshalb ich dauernd bei instagram gemeldet werde ich werde dauernd bei instagram gemeldet für nichts und wieder nichts aber ich bilder von natur oder von mir rein poste weder instagram systemfehler dass ich dauernd gemeldet werde oder es ist wirklich ein hasser als follower drin der mich dauernd meldet tut oder es ist ein systemfehler von instagram was instagram noch nicht mehr raus tun tut sind die schlimmen bilder die schlimmen bilder die es gibt die tut instagram noch nicht mehr raus machen gar nicht die schlimmsten bilder die es gibt tut instagram noch nicht mehr raus machen gar nicht das ist schon traurig ist aber tatsache dorn scheint die sonne muss mich hier verstecken wegen den leuten wir sehen sonst ein ist ja dorn ist es das ist es Das Wetter kann man heute noch genießen, denn morgen soll wieder Unwetter geben mit Gewitter. Es sind wirklich schon einige Wecken Urlaub. Hier aus dem Haus fahren sie heute Mittag und in zwei Wochen welchen Urlaub. Ich kann sie aber nicht sehen wegen den Leuten. Ich verstehe nur, warum ich dauernd bei Instagram gemeldet werde, entweder Systemfehler oder ein Hasser. Ich weiß es nicht, wird euch alle schön Sonnig Samstag genießt das Wetter. Wir haben 27 Grad und bis dann Freunde. Ja. 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 Ja, sehr. Ja. Ja.